Hi, hier ist Lauri von den Versauten Dachdeckern. Ihr wart wahrscheinlich auf dem letzten Konzert am 15.09. im KJZ Heidberg. Habt da auch gesehen, dass wir schon wieder eine neue Besetzung haben. Mal wieder. Es hat sich wieder viel verändert bei uns. Und leider hat es mit dieser Besetzung überhaupt nicht funktioniert und deswegen müssen wir an uns jetzt leider aufgelöst. Uns gibt es leider nicht mehr. Aber wir planen ein Comeback. Ich suche dafür nach neuen Leuten. Und da werde ich bei der alten Besetzung wieder nachfragen, bei alten, die früher bei uns mal waren, ob die nochmal einsteigen wollen. Und ich frage auch bei meinen Kumpels rum, ob da jemand das ganze Projekt mit mir jetzt nochmal neu starten will. Und auch ihr liebe Fans könnt euch da bei mir melden und bewerben, wenn ihr Bock habt. Wer mich halt eben etwas besser kennt, weiß ja auch meine Handynummer oder wie ich bei Facebook heiße. Und dann kann derjenige oder diejenige sich halt eben bei mir auch gerne melden. Und vielleicht ist ja einer von euch dann in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr mit dabei auf der Bühne. Der Proberaum ist noch vorhanden und ja, dann können wir das ganze wieder neu starten. Das wäre auf jeden Fall cool. Okay Leute, dann macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.